Tag Jens zusammen, so da sind wir doch jetzt schon bei der dritten Mission, also die Hälfte haben wir fast weg, aber das wird nicht gerade einfacher. Wir haben ja die zweite Mission ganz gut hingekriegt, auch wenn wir, glaube ich, einen Ammunition-Track da versemmelt haben, aber egal. Ja, gucken wir mal im dritten Level, was wir da Schönes machen müssen. Genau, wir gehen mal auf unser Save Game und dann geht's jetzt los und wir horchen mal, was los ist. Ja, wir sollen quasi einen Zug aufhalten, also um jeden Preis stoppen. Ich mach mal eben Pause, weil es geht ein bisschen auf Zeit. Wir sollen einen Zug stoppen, der für die Feinde, ich denke mal Waffen und Rüstung und sowas geladen hat und den soll man eben zerstören. Zusätzlich haben wir noch Emmergums, mit denen wir die, die wir auch anschießen können sozusagen und uns da dann die Munition holen können. Aber erstmal müssen wir uns um sogenannte Banker kümmern, weil die übelst feuern und schießen können und die müssen wir als erstes erstmal ausschalten. Da gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Dann haben wir auch noch Treibsand auf der linken Seite, also ja, kann lustig werden. Wir gucken mal, ob wir das ordentlich hier diesmal hinkriegen. Ich habe schon ein paar Testaufnahmen gemacht, die nichts geworden sind, aber wir kriegen das irgendwie hin. So, wo ist denn jetzt hier mal so ein... Hä? Wieso sehe ich die nicht? Wieso sehe ich die nicht? Was ist denn? Hier! Aua, aua, aua! Alter, alter! Da kommen jetzt hier... Ich bin hier hier! Alter! Wir sind auf Feuer! Yo! Das, äh... Das war gut, ne? Das hat richtig gefetzt gerade, ne? So, ähm... Hier. Jetzt bleiben wir nämlich hier stehen. Und ballern sie von hier aus ab. Mal gucken, ob wir das denn mal hinkriegen hier. Ich habe das dritte schon so oft probiert. Ich habe ihn! Ich habe ihn wieder! Die letzten Tage. Und eigentlich sollten die Aufnahmen auch so fertig sein, aber... Ich habe es immer wieder nicht geschafft und habe hier... Bin hier an diesen Bankern da gescheitert, aber... Das müssen wir jetzt schnell genug machen. Right on target. Weil sonst... Der Zug kommt. Und der ist überpünktig. Ja? Ja? Also... Also... Boah, jetzt geht doch mal... Alter! Puh! Gut. Zweier haben wir. Ähm... Ich glaube, es kommt noch einer. Ja! Hopp. Hoffentlich schafft man das, bis die Bahn kommt. Es gab mal so eine lustige Werbung von denen. Da war so eine ältere Dame und hat ganz schlecht gehört. Und da hieß es denn, die Bahn! Die Bahn! Ist die Bahn schon weg? War recht witzig damals. So. Ähm... Fahren wir mal hier an diesen blöden Bankern, die jetzt nicht mehr existieren. Wir sind vorbei. Ah, hier ist Wald. Okay. Und jetzt müssen wir nach Norden. Und... Zu den Gleisen. Witzig. Wo sind denn die anderen Panzer? Ah, ähm... Hätte ich mal bloß nüscht gesagt. Hä? Wieso sehe ich den jetzt wieder nicht? Da! Komm schon, komm schon, komm schon. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Aua! Ich hab vergessen zu speichern. Okay. So. Das haben wir gespeichert. Wie geht's uns denn? Ah, okay. Sieht ganz gut aus. So. Three-quarter speed. Half speed. Die Bahn ist noch nicht in Sicht. Glaube ich. Wir gucken mal. Eigentlich wird's uns angesagt, wenn der Zug kommt. Three-quarter speed. Oh, hier brennt alles. Liederalala. Oh, ein Heli. Da kommt's. Tschüss. Ehe du auf irgendwelche Böden... ...Ideen kommst. Hey, J2. Du auch noch. Tschüss. Ach, noch einer. Okay. Oh, was geht denn jetzt hier ab? Komm schon. Scheiß Heli. Ach, der Drücke. Jetzt kommt die Bahn. Dann kommt die Bahn. Jetzt reicht's. Incoming. Missile Interceptors. Three-quarter speed. Oh, 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 oh. Auf, auf, auf. Tunnel eight. Wo ist... Train. Noor. Da. Ist der... Zug. Ach, weiter. Recap for neutral. Oh, der schießt sogar. Got it. Auf Gleis 1 eingefahren. Sehr schön. Ähm, jetzt... Wir speichern das mal. Ui, wir haben es tatsächlich geschafft. Und da habe ich die letzten Tage so dran gehangen. Oh. Wir sind gleich bei den... ...Äh, Fliesen. Bei den Gleisen. Wie komme ich auf Fliesen? So, wir müssen jetzt in einen Tunnel fahren. Ach. Neutral. Guten Tag. Wo kommst denn du her? Äh, drehen, 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 drehen. Komm schon. Ui, 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 ui. Stirbt doch. Aua. Oh, noch ein Heli. Oh. Habe ich noch? Ja, eine Cruise-Missile habe ich noch. Aber gegen Helis kann man eigentlich fast gar nichts machen, außer Raketen. East. Wo ist er denn? Helikopter. Da. That's the last round, sir. Ja, ich weiß. Äh, Quatsch. Und tschüss. Ich finde es immer lustig, wie die abstürzen und dann explodieren und guckt mal, was sie hier auf der rechten Seite haben. Die Kirchturmuhr, die hat immer noch keiner repariert. Ich fasse es nicht. So, ähm, wir müssen jetzt erst mal durch... Oh, hört ihr das? Überall brennt es hier. Das ist geil. We can't take much more, sir. Okay, das sieht gut aus. Train Embankment 1. Ähm, wo ist denn der Tunnel? Das Gute ist, jetzt geht es nicht mehr nach Zeit. Wir haben den Zug ja zum Stehlen gebracht. Marsch 1. 1000 Meter. Oh, da sollte man vielleicht nicht hinfahren. Train and Marsch. Burning ammo dump. Standard ammo dump ahead. Nein. 100 and. Ammo dump. Standard shells ahead. 900 and. Ey, da fahren wir doch noch mal schnell hin. Da fahren wir doch noch mal schnell hin. Half speed. Three quarter speed. Holen wir uns doch Munition an. Marsch 700. Oh, da ist auch Treibsand, aber... Three half speed. Core speed. Oh, was haben wir denn da? Noch ein Tanker. Neutral. Neutral. Äh, zwei Tanker. Standard shells. Standard shells ahead. Two hundred and half speed. 200 Meter weit weg. Oh, warte mal. Erstmal. Erstmal. Treff ich den von hier aus? Standard shells. Seven. Eight. Und. Five. Ja, treff ich. Aber eher uns auch. Try it again. Komm, 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 komm. So, schon. Yes. So. Was ist mit dem hier? Warte mal. Vielleicht. Schaffen wir das auch, dass wir den hier... Ja. Klicken wir hin. Obwohl er noch nicht auf unserem Radar ist. Witzig. Aber ich will die Munition haben. Aua. Verdammt. Hä? Jetzt stirb doch mal. Wieso treff ich den nicht? Boah. Warte mal. Standard. Kf-2. Ist er doch. Good one. Standard shells. Jawohl. So, kann ich mir jetzt vielleicht noch... Die Mission... Die Munition. Ich will immer Mission sagen. Hier ist doch noch einer. Kf-1. Kann doch wohl nicht wahr sein. Hä? Drehst du dich mal nicht. Ich will dich durchführen. Oh, noch einer. Standard shells. Okay. So. Wie sieht's aus? Kriegen wir das jetzt mal hin, liebe Leute? So. Marsch 400. Oh, Marsch 400 Meter. Standard shells. Ja, ja. Ticken. So. Die Standard shells haben wir. Standard shells. 95. Oh, 95. Ey. Verdammt. So. Ähm. West. Da war doch noch so eine Ammo-Gum, oder? Burning tank. Burning tank. Training bank. Marsch. Ammo dump. Marsh. Ammo dump. To the left. Zero. Ach, das ist die. Marsch. Marsch. Ammo training bank. Burning tank. Burning. Aber wo? West. Wo ist jetzt der Tunnel, wo wir durch müssen? Ich mach mal das Gepiepse hier aus. Das ist immer ein bisschen störend. Ähm. Burning training bank. Ammo dump. Wo ist denn der Tunnel? Ähm. Training bank. Tunnel to the right. Hier. Einmal drehen. Aber da kommt dann, ich weiß, noch von früher, dass, ähm, hinter dem Tunnel auch noch jede Menge Feinde auf uns warten. Ja, ja. So. Tunnel. Tunnel. Oh, Artillerie haben wir da auch. Okay, wir müssen uns noch ein bisschen nach links drehen und müssen richtig durch den Tunnel. Ein bisschen, ein bisschen rotieren hier. So, war. Na toll. Ein bisschen zu weit gefahren. Okay. Hm, 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 hm. East. Papspeed. So. Wie sieht's aus? Jetzt. Das ist gut, jetzt aber, solange wir hier am Rotieren und so sind und den Tunneleingang suchen, können die Leute, ja, unseren, äh, Panzer reparieren. We've been in better shape. Ja, genau so. Wir speichern das mal. So. Missiles. Eine Rakete. Äh. Leider keine Cruise Missiles mehr, aber wir kriegen ja im nächsten, in der nächsten Mission eine neue. Mal gucken. Mission Objectives remaining. Zero. Enemy kills. 13. Ohi, 13. Okay, dann ab durch den Tunnel. Artillerie. Und hier ist die Artillerie. River. 800 neutral. Incoming. Was zur Hölle? Wo kommt denn her? Warte mal, krieg ich den, äh. KB-1. KB-1. Incoming. Da geht es. Oh, da haben wir noch 17 Stück. Incoming. Ja, ja, ist ja gut. Okay, dann jetzt auf die Artillerie. Auf in die Artillerie. Zu der Artillerie. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der, ob die Artillerie wieder irgendwas, irgendwas, ähm, verteidigt. Gut. 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 Gut, dass wir hier speichert haben, deswegen geht's jetzt auch weiter, du spinnst wohl hier. Jawohl. Okay, es ist nicht zerstört worden. Sehr schön. So, wir sollen ja dann den, ähm, den Fluss überqueren. Was haben wir denn hier? River, ahead, 9. River, marsch, to train and bank. Burning tank to train. Marsch, river, burning a river. River, burning. Okay. River, 600 m. Ähm, was war denn jetzt hier? River, marsch, to the right. 1,000. Okay, 1,000 m. East. East. Müssen wir jetzt nach Osten oder Westen? Marsch, 9. Three quarters, go forward. Weil wir müssen ja über eine Brücke drüber, wir können ja nicht einfach mit einem Panzer hier über den Fluss schwimmen. Neutral. River, marsch, to the right. Burning tank to bank. Tunnel behind the right. River, river, river. Okay, wir scheinen woanders lang zu müssen, wir müssen, glaube ich, nach und nach dem Westen. Mal gucken, die Folge hier könnte etwas länger gehen, also nicht wundern. Was brennt denn hier schon wieder? Achso. Der abgeschossene Tank da. So. Aha, wenn ich mit Tab gerade ausgucke, sehe ich nichts. Wo ist denn die Brücke? Tunnel trainen. Burning a river. Marsch, be trainen. Ich finde es witzig, wir suchen immer was. Wir suchen den Tunneleingang, wir suchen die Brücke. Ach ja. Oh, da ist nochmal Marsch im Westen und im Norden. Äh, Westen und Osten. Three quarters, quarter speed. Marsch, five, hundred. Neutral. Train. Marsch, river, forward. River, forward, to the right. Six hundred. Forward, to the right. Ah, okay. Burning a quick. Forward, to the right. Six hundred. Da müssen wir, das ist keine Brücke, es ist ein Board oder sowas, wenn ich das richtig verstehe. Mal gucken. Ähm. Marsch, river, forward, ahead. Okay, wir müssen noch ein bisschen nach Westen. West, west, half speed. Noch ein ganz kleines bisschen. Haben wir es jetzt. Kannst eben mit dem Ding nicht seitwärts fahren, deswegen müssen wir uns immer wieder drehen und neu ausrichten. Marsch, river, forward, ahead. Immer noch ein bisschen weiter zu weit links. Also, noch ein bisschen nach Westen. Aber aufpassen, dass wir nicht in den Traubsand, in den Treibsand kommen. Wie sieht das aus? North, river. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn das Vieh? Marsch, river, forward, ahead. Immer noch. Ach, also. Ach, ja. Oh, 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 200. Das ist fies gemacht. Weil das ganz genau kurz vorm Treibsand ist. North, marsch, river, forward, ahead. Ja, das sieht gut aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt schon die Mission zu Ende ist oder nicht. Fahren wir mal ein bisschen langsamer. Okay. Gucken wir mal, wie das wird. Aber Leute, das wird in den nächsten Missionen noch ein bisschen schwieriger. Das kann ich euch schon mal verraten. Es wird, es wird knallen, ne? Es wird knallen, definitiv so. 150 Meter. Wir gucken mal, ob die Mission jetzt schon zu Ende ist oder ob es weitergeht. Wir schauen. Sektor 4. Ja. Ja, 4-2-2.